Herzlich willkommen beim Nähpark Videokanal. Heute geht es um das Zubehör für die Brasser CV 3440 und 3550. In diesem Video geht es um den Bandleger. Mit dem neuen Brasser Bandleger können Bänder wahlweise mit einfacher oder mit doppelter Faltung angenäht werden. Für die doppelte Faltung wird das Band in Breite 32 mm zugeschnitten. Für einen gleichmäßigen Ablauf kann das Band auf einen Stift aufgewickelt werden, der in eine Oberlokone gestellt wird. Das Band wird mit der Pinzette durch den Einfasser geschoben und anschließend unter den Nähfuß gezogen. Der Nähfuß wird abgesenkt und der Stoff zwischen das Band geschoben. Durch Einsetzen der Plastikschiene kann der Bandleger auf einfachen Umschlag umgebaut werden. Die Plastikschiene wird nur in den Bandleger geschoben und anschließend kann ein Band mit 25 mm Breite verwendet werden. Dieses wird genauso durch den Einfasser geschoben und unter den Nähfuß gezogen. Durch Verschieben des Einfassers kann die Position der Nadeln verändert werden.